Gott ist stark genug, um dich zu verteidigen, Gott forderte die Einwohner Judas auf, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und die schwachen und weniger privilegierten Menschen nicht mehr zu missbrauchen. Judah wäre gesegnet, wenn sie sich um andere kümmern würden, aber sie würden schreckliche Konsequenzen haben, wenn sie anders handeln, Jeremia prophezeite, so spricht der Herr, führe Gericht und Gerechtigkeit aus und rette die Geplünderten aus der Hand des Unterdrückers. Tun sie nichts Falsches und tun sie dem Fremden, dem Vaterlosen oder der Witwe keine Gewalt und vergießen sie an dieser Stelle kein unschuldiges Blut. Denn wenn sie dies tatsächlich tun, dann werden sie die Tore dieses Hauses betreten, auf Pferden und in Wagen reiten, begleitet von Dienern und Menschen, Königen, die auf dem Thron Davids sitzen. Aber wenn sie diese Worte nicht hören, schwöre ich bei mir, sagt der Herr, dass dieses Haus zur Verwüstung wird, Jeremia 22, 3-5, Lektion, Kinder Gottes müssen andere fair behandeln, mit Respekt und ohne Vorurteile. Um zu zeigen, dass wir wirklich Gottes Kinder sind, dürfen wir nicht das Recht anderer verletzen. Wir dürfen andere Menschen nicht ausnutzen und dürfen uns selbstsichtiger Ambitionen enthalten. Unser Verhalten, als wahre Kinder Gottes, muss jedoch darin bestehen, für die weniger privilegierten Menschen zu sorgen. Wir müssen die Bedürfnisse anderer berücksichtigen. Wir müssen für Waisen, Witwen und andere Menschen in Not sorgen. Jehova wird sich an uns erfreuen, wenn wir diese Dinge sorgfältig beobachten. Sobald er zufrieden ist, sollten wir erwarten, dass er uns segnet, er wird uns über unsere Grenzen heben. Jehova wird dafür sorgen, dass wir keinen Mangel erleiden, Gebet, lieber Gott, bitte hilf mir, für andere zu sorgen. Ich möchte kein egoistischer Mensch sein, der nur von seinen persönlichen Bedürfnissen besessen ist. Helfen Sie mir, Empathie für andere zu zeigen, und helfen Sie mir, mein Bestes zu geben, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Bitte fülle dich mit deinem göttlichen Heiligen Geist. Um das zu tun, was gerecht ist. Ermächtige mich mit Gnade, anderen gegenüber ein gutes Herz zu zeigen. Lass mich dein wahrer Botschafter auf Erden sein, damit die Menschen glücklich sein und deinen heiligen Namen preisen können. Nach all diesen Dingen segne mich bitte und treffe mich in jedem Bereich meiner Bedürfnisse. Denn im Namen Jesu Christi mache ich meine Bitten. Amen